Tontrug, Texte mit Tönen und Tiefen, dazu diffuse Zwischentöne aus Wirtschaft und Workout, Feuilleton und Vermögen, Lebensart und Hedonismus, Mobilität und Natur, Debatte und Kaffeesatz. Die im Alltag geplagten Lauscher erfahren hier weiteren Schall, denn die Prügelstrafe für die Ohren wurde nie abgeschafft, im Gegenteil. Meinungsmeinung Der Denkschwache darf nicht auch noch Meinungsschwächling sein. Eine Auffassungsschwäche einer Auffassung nicht entgegenstehen. Jeder ist angehalten, mit seinem Dafürhalten dagegen zu halten, sich mit den Gemeinmeinenden gemein zu machen. Eine Ansicht entsteht ohne Ansicht der Gemeinten. Die artikulierte Meinung findet Gehör, wenn man dazu noch meint, dass man seine Meinung nicht sagen dürfe. Widersprüche sind kein Problem, solange widersprochen wird. Wer sein Oberstübchen demoliert hat, vermag mit Hilfe kaputter Gedanken auch die Außenwelt zu zerstören. Demonstrationen, Quatsch, Meinungsmessen akzeptieren nur Fachbesucher. Menschen, die selbst ein Ansichtsprodukt zur Schau stellen. Wer sich als Meinungsexhibitionistin mit Abstand halten schwer tut, weicht argumentativ aus. Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Immerhin. Schlussendlich darf alles gemeint werden, außer es ist nicht so gemeint. Es geht allgemein um das Gesamtliche.